Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Bevor wir zu unserem Wetter schauen, werfen wir den Blick erst einmal in Richtung Japan und dort vor allen Dingen auf den Partikel-Ausbreitungsfilm. Jetzt austretende Radioaktivität würde erst einmal noch in Richtung Tokio transportiert werden, gelenkt werden und zwar sowohl in tieferen als auch in höheren Luftschichten. Erst am Freitag dreht das Ganze dann in Richtung Pazifik, würde also von Fukushima, von den havarierten Kraftwerken, direkt in Richtung Pazifik transportiert werden. Dazu kommt aber in den nächsten Stunden noch erst einmal noch Regen. Der mögliche radioaktive Partikel sofort auswaschen würde. Und das Ganze treibt dann auch in Richtung offenes Meer. Weiterhin aber ziemlich dramatisch die Situation, was die Bergungsarbeiten angeht und die zahlreichen, die hunderttausende Menschen, die dort im Moment kein wirklich festes Dach über dem Kopf haben. Es ist nämlich in den Nächten sehr kalt, winterlich. Temperaturen zum Teil minus ein bis minus vier Grad, auch tagsüber gerade mal Höchsttemperaturen von sieben bis acht Grad. Und hier sehen Sie auch noch mal der Wind. Erst einmal Donnerstag, Freitag recht schwach von Fukushima aus. Dann ab dem Wochenende von Nordwesten kommen. Dementsprechend würde dann möglicherweise austretende Radioaktivität direkt in Richtung Pazifik transportiert werden. Zurück zu unserem Wetter. Es war heute verbreitet richtig frühlingshaft mit viel Sonnenschein und ein bisschen feuchter Luft. Und die merkte man, kann man auch hier sehen, so hellblau gefärbt, in Form von hohen Wolkenfeldern, also Schleierwolken. Die Sonne kam aber immer noch durch. Und dazu gab es hier und da auch noch ein paar dickere Quellwolken. Große Unterschiede nach wie vor bei den Temperaturen. Heute auf Hiddensee gerade mal 4,6 Grad. Bensheim in Hessen knapp 20 Grad und ähnlich warm wird es auch noch einmal morgen. Feuchte Luft, damit haben wir es auch in der Nacht zu tun. In Form von Nebel und Hochnebelfeldern, insbesondere im äußersten Norden, kann der auch etwas dichter sein, der Hochnebel. Sonst ist es oft nur locker bewölkt oder sternenklar. Und die Temperaturen liegen im Norden morgen früh, meist bei 4 bis 5 Grad. Sonst geht es runter auf 3 bis minus 3 Grad in höheren Lagen. Morgen Vormittag dann viel Sonne, schon über der Mitte und dem Süden. Nach Norden hin etwas kompaktere Wolken, so ein paar tiefhängende Wolken. Sonne kann sich nicht ganz so gut durchsetzen. Im Laufe des Nachmittags werden Hochnebelfelder, dann aber meist in Quellwolken umgewandelt. Das Ganze kommt noch ein bisschen weiter nach Süden voran. Einzig etwas kompakter die Wolken in Richtung Nordfriesland und Schleswig-Holstein. Im Südwesten sonnig, freundlich und warm. Den Rhein entlang werden es 18 bis 20 Grad sein. Im äußersten Norden etwas verhaltenere 6 bis 11 Grad. Und der Wind ist vor allem über der Mitte und dem Süden nur schwach unterwegs. Dort kommt er aus unterschiedlichen Richtungen nach Norden hin, aus Nordwest. Dort im Mittel Windstärke 5 bis 6, also insbesondere an den Nord- und Ostsee frischer. Zum Teil sogar starker Wind im Mittel. In den nächsten Tagen stellt sich dann das Wetter so ein bisschen um. Vorübergehend zumindest. Am Freitag dichtere Wolken im Norden und Osten mit Sprüh- oder Nieselregen. Im Westen und Süden noch trocken und sonnig. Im Süden sogar bis zu 21 Grad. Am Samstag liegt dann eine Front genau quer über Deutschland. Bringt zum Teil Schauer mit Graupeln, mit ein paar Schneeflocken. Nur im Süden noch längere Zeit sonnig. Schönen Abend im Ersten. Untertitelung im Auftrag des WDR